Wir zeigen euch heute, wie man einen Blumenkranz machen kann fürs Hänselfest. Alles, was man dafür braucht, ist ein Band, was ein bisschen länger sein sollte als der Kopf, damit man es zuknoten kann. Wir haben hier zwei verschiedene Blumendraht, eine Zange und verschiedene Pflanzen aus dem Garten. Wir nehmen uns hier jetzt ein paar Blumen raus. Weil die ein bisschen groß sind, müssen wir sie uns noch zurecht zucken. Wir können uns hier das so ungefähr hinlegen, wie uns der Kranz gefällt und dann kommt der Draht zum Einsatz. Den macht man am besten an einer Seite fest, sodass man sich nicht in den Kopf sticht. Und dann fängt man an, die Blumen hier mit reinzulickeln. Jetzt schauen wir mal, ob es reicht. Wir haben jetzt hier den Draht abgeschnitten und probieren es mal aus. Hey, schaut doch ganz gut aus. Jetzt bist du gerichtet fürs Hänselfest. Vielen Dank. Vielen Dank.